So, dann gucken wir doch mal an. Ich lad euch mal ein, ne? Jetzt. Guter Mann. Hab ich's abgeschickt. Guter Mann. Oh, es kam sogar an. Läuft. LTE läuft auf dem Handy. Jetzt haben sie bei Roxy wahrscheinlich mal den Rechner dazugeschalten. Oder die Downloads ausgemacht. iPhone angeschlossen. Furchtbar. Scheiße. Jawoll, das ist Zockett. Das ist Sweetbox. Und das ist Fritz Glöckler. Hi, Sweetbox. Sweetbox, motherfucker. Ich wollte doch mal die Zocker auf. Fritz Glöckler. Der Name wäre gerne gewesen. Pompös, pompös. Wie pralinös. So eine pompöse Drecksau. Nein. Ich hätte jetzt einen Spruch auf den Lippen. Aber ich bring nichts. Deine Mutter ist interessant. Hab dich nicht gesagt. Wolltest du das wissen? Wolltest du das wissen? Hab dich auch nicht gesagt. Hallo. So was nehmt so. So was nehmt so. So was nehmt nie im Mund. Oh. So was nehmt so. So was nehmt so. Oh nehmt so. Und das ist guter Mann. Okay, guter Mann. Geil, so offen guckt, halt auf rein, läuft Zei, zei Conan ist sexy Yeah Ab ins Tripslub Sprich mit der Hand Ab ins Tripslub Wer ist jetzt wo überhaupt? Ich bin jetzt Boatwieder Boatteam Ich bin Boatwieder Äh, Kanacke Deine Mutter Das ist ein Moluckel Ah Scheiße Ich hab doch eben meinen Helm auf, soll ich weiße Macht er dir hier Macke? Wunderbar, ja Willst du mal Punkt bitte? Oh ne Ihr dürft aber nicht sterben Der schnickt im Quattlack ey Sonst du mal Punkt bitte? Schnauze Ja Das einzig wahre ist ein kleines für alle Kanacke Achso Das ist geil, das Quattelsgefühl Kann mit allem mitladen Kann mit allen mitladen Das ist super Lückenfahrzeuge ey Ich glaube es war da unten beim Boden Das ging schon Das komplette Marsch Oh der geht gut ab hier die Kiste Ja ne Ja ne Ja ich wohl Deine Kiste geht nicht So Oh doch Oh Ich fall gut ab Also, egal Ich hab vorhin was gesehen Der heißt Rocco mit Vornamen So geh Was kann aus dem Ja Ja ist er Aber den kennt ihr jetzt glaube ich nicht Sonst würdet ihr anders nennen Wie ist der von mir? Mit Familienauslauf Hä Hä Rocco S Rocco S Ja genau Den kennt ihr ja nicht Jetzt seid ihr doch zu jung So Irgendwunder Ganz bekannter Schauspieler Schauspielerin Ja Und Produzent wahrscheinlich Ja Der hat Gole Da ist er ja Auslander Ich musste noch mal tanken gehen Ist klar Also ich bin jetzt links Ne Ja Persönlich tanken oder? Snack an der Tankstelle Mal fragen Hallo Hier oben Pfff Ich glaube ich ist ein bisschen schwul Drücke G um deine Maske auszusetzen Jawohl Hab ich schon Hmhm Maske ne Socker auf dem Kopf Warum liegt hier ich tro Wo? Wo? Oh egal Grau schießen Feierfeier Fritz bist du da ab? Naja ich überleg muss gerade ob ich meine Maske auf habe Ja haste Gut Ne haste nie oder? Ich seh es nicht Doch haste Doch haste Ne haste nie Drück mal G Doch haste Haste nie Haste nie Haste nie Drück mal G So G Habe ich jetzt? Gay Hab ich Gay Hey Also das ist dein Gesicht oder siehst du immer so aus? Keine Ahnung Das siehst du immer so aus? Du Kann ich mal das jetzt abnehmen? Puff die Euro Komm Hier haste runter Leck wie der Marsch Nein Ich wollte gerade sagen geh mal rein Komm mach dir alle kalt hier komm Wo noch? Wo noch? Genau Wo ballert es hier? Also rechts sind sie alle weg Ah da oben noch Hinter der Theke Oh scheiße Gehst du dort lange? Gehe ich an der Seite So der ist so weg Ooooooh 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 Hä? Was ist denn los die halt? Was ist denn los die halt? Ach das pisst ja wie Sau draußen Was stürbt denn dort gerade? Äh Na ja sind ein paar Probe zwei sind weg Wo noch? Bullen Oh Tolle Wurst Drei Sterne Guten Hubschrauber Ja das ist normal Geh rein Schiff Ja Den hast du gestorben Der ist so Melikid Ooooooh warum? Ah das biff ist so auf dem Schiff Nö echt? Na ja Guter Flicky sind ja Er setzt die Maske nicht auf ey Der da kommt zu mir Der ist Melikid Ne ich brauch der Kanz Achso Ich bin jetzt unten im Frachtbaum drin Na Achso Gut geh ich nach oben Weil hier heute ist auch Kokain Ey hier vorne ist übrigens noch ein Typ Habt ihr denn hier gekriegt oder was? Au ich bin halt dort Ich komm jetzt nimmer zum Land ey Spooky ist ein Medikid Spooky ist ein Medikid Spooky ist ein Medikid Kriegst du ne Bullen Heavy? Von hier unten? Ne du nicht ey zocky Ja ich bin dran Ich hab auch nicht Alter Alter der roter ey Leck mich mal aus Ne roter Ne roter Also hier ist noch Danke Da hinten ist noch Kokain Was? Wer bannert denn die Zivilisten um den Krieg warme Hinteren sehne hoch Geil geparkt den Heli Muss ich echt zur Ordnung Hier liegt noch kein Kokain Da liegt noch was Fünf von neun Oh ich schieß was auf mich Von rechts Oh mich schießt der Heli Dann geh doch rein Nicht sterben So Wir lösen doch ganz oben oder? Ja Ja und da draußen ist der Helikopter Nicht sterben Oh nein Was soll das denn? Ist er hingesehen oder was? Knall doch mal die Draxver weg Ich kann doch nicht auf alle schießen Nein Guter Mann Hast du's auf Heli geballert? Nein Ich hab'n Typen hier oben geballert Wird aber Bis oben Aber mit treffen wir ist nicht viel ne? Ja Rabbisch Aber dann hat er Heli schon von oben mit runtergeballert Weil über dem Meckendach war alles wegen Das ist nicht gut man Ja Das ist ganz schlecht 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 Schön aufregen Aber echt Schlecht es keine Nackers Mulackers hier Er hat mein Wodka So Geht los Herzlich Willkommen Auf mal Neues Übrigens nur zur Info Ich kann die Maske nicht aufsetzen Du hast die Socken Du hast die Socken Du hast ja schon immer auf Lass halt die Maske scheiße rum Geht nicht So es läuft Da hast du im entscheidenden Moment die zurückziehen Ecke Tum Hast doch zwei Socken Nimm doch einfach eine davon und dann Nächste Ne verstehe aber nicht worauf es sich geht Er hat keine Socken Mit Gü Wie Gustav Mit Gü wie Socken Mit Gü wie Socken Mit Gü Gü wie Socken Oder Gü wie Maske Wohin war doch kein Heli dabei Ne Ich glaube wir sind ja Zivilisten mit am Boden Und wenn du die Weiber mit abschießt dann Wahrscheinlich Wirst du aufpassen ja Ja Alles gut Motherfucker Da oben rechts Oben rechts Hintenlinks Hintenlinks In der Mitte Ja Oh es kommt Gehen rein Warte oben Oben ist noch einer Boah ist das schwer so Pappen Erwischt So wo ballern sie denn Wollen wir? Ja fahr mal richtig ran Warte der Fahrer ist da drumherum Da ist noch einer an der Tür Mike Können wir drei Wer Ich bin gelaufen ausgestiegen nach vorne gelaufen ganz einfach Ja, wir haben oben, ja. Lass uns mal ran gehen, ja. Warte. Das steht noch in der... Nee, das ist genau rot dahin, hat sich gekillt. War ja der einzige Weg, der hier gehen konnte. Hab ich, oben hab ich. Ja, unten war noch einer. Ja, ich weiß, an der Tür. Oben steht auch noch einer, ganz oben. So, mal stehen. Hast du'n? Nö. So, ich fang mal an hier. Hä? Was ist der denn? Oh, super. So, nicht schlecht. Bleust du hin, oder? Oder schwimmst du? Ja, schwimmt gerade. Gut. Boah, ich jetzt rein ausgestiegen. So, also ganz unten hat alles geholt. Boah, jetzt kommen schon wieder die ersten Helis von den Bullen. Ja, müsstest du aufpassen. Könnt dich quasi bloß auf dem Schiff verstecken. Oder im Schiff rein und warten, bis die Sterne weg sind, oder? Ja, können wir auch zu Gott anrufen. Ja, die kommt. Oh, ich schwimme und die kommen schon. Toll, die ich im Wasser. Ach du, Helis sind draußen. Na, komm rein. Wurde Zivilisten mit abgeknallt? 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 Ja, das kann schon sein. Hast du hier unten alles? Ja. Keine Zivilisten mit abgeknallt? Oh. Jetzt haben wir nämlich die Helis am Arsch. Ja, im Eifer oder das Gefecht. Oh, nee. Ich bin gleich tot. Wenn's weitergeht. Geht irgendwo rein und wartet da erstmal, wenn die Sterne weg sind. Ich muss erstmal reinkommen. Geh in die Ecke. Warte mal, hinten lag mal Medikid. Komm mit. Ich hab genug also. Für mich nicht. Komm mit David. Wo bist du? Hier liegt ein Medikid. Wer? Wem meinst du? Ach so, Edmeiter. Ach, der hat Edmeiter. Ach, zockert. Hab ich nicht verstanden. Ja, bitte mal. Oh, du kennst? Kann ich nicht. Warte. Ja, Kohle. Was ist das denn? Frecksack. Ja. Ja, wir müssen mal in den Traum gucken. Ähm, drum 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 drum. Okay, die Sterne werden anscheinend nicht weggehen. Nee, nee. Ich glaube, das ist so. Aua. Na, da müssen wir jetzt auf jeden Fall hoch. Der schießt aber richtig böse. So, wir knallen Heli ab. Ja. Hab doch nicht gerade noch so üppig. Du kommst ja nie raus. Wir schießen ab. Was ist er denn? Ja. Ich schien's ab. Bleib drin. Ja, da sind's wohl. Ja, da sind's wohl. Na, dann schieß. Na, dann schieß. Na ja, du bist auch noch raus. Wir sind doch mal zwei, ne? Also schießt es doch nicht ab, gut. Boah, war aber Klick, Alter. Ich bin fast gut von dort. Wir sind ein paar Edies. Jetzt sollte man so was auf das Inlandschen. Haben keiner rausgewollert. Und Chisikowski. Weißer 9. Boah, das war so. Ja, ich. Next. Hä? Aber wo ist denn das letzte Ding hier? Also hier auf der Ebene ist noch eins. Achso, du bist so. Ey, da quatsch den. Ist noch einer auf der Ebene. Das ist noch ne alte. Ganz oben noch. Drei Stück. Fuck you, Dick. Hier liegt doch auch noch was. Die Typen sind Bananen halt. Hauptsache. Warte mal, die Weste brauche ich. Boah. Ernst ist jetzt oben. Wie kommt mal? Geh nach ganz oben, ey. Ja, da bist du ganz oben. Ja, ich bin schon ganz oben. Jetzt bist du. Ja, hab ich. Ganz vorne, auf dem Boot. Ernst noch. Los. Und dann zum Heli, oder was? Keine Ahnung. Hier muss noch eins sein. Hier, hier ist es. Ich hab's. Verschwindung. Äh, verschwind. Verschwind. Na toll. Ja, es kommt nämlich noch ein Heli. Kommt der Heli? Gute, komm mal abschießen. Wo kommt denn der? Sorte. Also, ich bin im Boot drinne. Ich stehe hier irgendwo rum. Ich weiß nicht, wohin. Komm zum Heli. Ja, meinst du die Katze losfliegen, so wie der liegt? Warte, ich komm zum Boot. Pass auf, pass mit dem Rot ab. Was? Nee, ich kann auf der Seite einsteigen. Boah, geh doch, hopp doch rein. Warte, 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 bis der Rot aufhört. Schnell? Boot kommt. Ja, ich kann nie. Wo ist denn? Oh, ja, was macht denn der hier? Steigt doch ein hier. Ich kann nicht fliegen, wo ist das? Ja, so, mach einfach. Da ist ein Heli. Was soll ich? Fliegen macht er einfach. Oh, nee. Hier, komm, wir fahren mit dem Boot. Es geht schon. Schießen hier, Leop. Kann ich nicht mit dem Wasser. Komm, wir fahren mit dem Gründing. Müssen wir uns aber beeilen jetzt kommen. Dem grünen Ding? Ja, in die Stimme. Oh, wie schießen Sie denn? Ich muss loszubleiben. Ich kann nicht Worten. Hier ist ein genaues Polizeiboot, eh. Los, fahr weg. Wie taucht man auf? Äh, weh. Ne, mit des. Falls das nicht nach oben geht, Schifftaste. Oder was? Geht nicht. Nein, das war's. Schifftaste, falls das nicht nach oben gedrückt halten, dann nach weh oder es. Nein, ging nicht. Doch, ging. Dicke Finger. Na, außer bei das Polizeiding hier. Wenn alle weggehen, ist es vorbei. Du sollst nicht immer mit deinem Glied spielen. Dann dreht er natürlich nichts beim Teamspiel, wenn alle abhauen. Mit deinem Glied sollst du nicht spielen. Oh, hoffentlich müssen wir jetzt nicht alles noch machen. Natürlich. Kommt die Flucht jetzt nicht? Computer sagt nein. Nein. Jetzt aber. Es ist so, da kannst du kleine Missionen spielen. Ja, da kann ich nichts. Ich bin auf der Seite ausgestiegen. Der Rotor war links runter. Das geht nur so. Kann ja gut sein, dass du ja maßlich Kohle kriegst. Weil relativ viel Kohle. Aber wenn die dann dauernd verkackst sind, bringt die so einen Schenk. Kannst du die Seelen-Missionen spielen und die Kohle einsetzen. Einen Teamleben, ne? Kommst du besser. Das ist wirklich sehr ein Kohle, als wenn du jetzt dauernd hier spielst und dann dauernd verkacken tust. Da kriegst du gar nichts. Kannst du dann hier auch mal Munitionen jetzt? Ich hab das noch ganz wenig bei der Mikro... Mikro hier, SMG oder wie das Ding heißt. Ich bin rechts. 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 Ach, wo finde ich dauernd. So, wo sind sie da? Auch weg. Jetzt können die Zillulisten abknallen. Kommt der mit dem Boot. Da kommt der mit dem Boot. So. Also hier sehe ich nichts mehr. Ich bin jetzt unten im Frachtraum. Oder das Kokain. Jetzt streck du mal erst aus. Kommt einer hoch? Ah, nicht abballern, oder? Nee. Doch. Unten hab ich alles. Kommt trotzdem die scheiß Bullen. 20 Minuten.